Bei den Bergrettern ist er raus, den Simon-Darsteller Ferdinand Seebacher dagegen können Fans bald wiedersehen. In der zweiten Episode der 14. Staffel von Die Bergretter nahm Simon Plattner seinen Abschied vom Team. Der Grund dafür war der Tod seiner Freundin Jessie, mit dem er nicht zurechtkam. Nicht, solange ich hier bin. Nicht mit den Bergen vor meinen Augen. Irgendwo da oben, da liegt sie. Ich muss hier weg, Markus. Sonst gehe ich kaputt, erläuterte er seinem Vorgesetzten und Kollegen. Nach seinem Ausstieg bei der ZDF-Serie stand Simon-Darsteller Ferdinand Seebacher, 34, für verschiedene andere Formate vor der Kamera. Darunter für die achtteilige Coming-of-Age-Serie School of Champions. Die Koproduktion von ORF, BR und SRF hat jetzt auch einen Ausstrahlungstermin im deutschen TV. Das erste zeigt die Serie um ein Elite-Ski-Internat in Doppelfolgen. Mittwoch 14. Februar 2024 ab 20.15 Uhr Folgen 1 und 2 Samstag, 17. Februar 2024 ab 23.40 Uhr Folgen 3 bis 5 Sonntag, 18. Februar 2024 ab 0.05 Uhr Folgen 6 bis 8 In der ARD-Mediathek sind alle Folgen ab dem 9. Februar 2024 abrufbar. Wo Ferdinand Seebacher noch zu sehen ist In einer Nebenrolle als Chauffeur Tom Seestetter ist Seebacher 2024 auch in Die Toten von Salzburg, Süßes Gift, Ed, zu sehen. Als John Smith spielt der 34-Jährige in einem neuen Rosamunde-Pilcher-Film mit dem Arbeitstitel Verliebt in einen Butler die männliche Hauptrolle. Seit 2021 ist Seebacher auch im Cast von Walking on Sunshine. In der Serie, die in einer Wetterredaktion spielt, verkörpert er Moritz Ritter, den Sekretär der ORF-Wetterredaktionsleiterin. Die österreichische Produktion kann hier gestreamt werden. Simon Plattner, gespielt von Ferdinand Seebacher, stieß Ende 2019 zum Team der Bergretter. Zuvor Controller im Hotel Herbrechter, machte er zunächst nicht den besten Eindruck auf seine Kollegen, weil er sich beim Klettern leichtsinnig in große Gefahr begeben hatte.